So, ich bin vor kurzem auf ein Betriebssystem gestoßen, das sich Kiosk-Betriebssystem nennt. Und ich dachte erst, das ist vielleicht so eine Oberfläche für Kassensysteme am Kiosk, wo man eben so mal eine Zeitschrift oder einen Lutscher verkauft oder so. Aber nein, das Kiosk-System ist was ganz, ganz anderes. Und was das genau ist, das erfährst du hier heute in diesem Video. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags-OS. Und heute widmen wir uns mal wieder einem Slackware-System mit dem Namen Portoys. Portoys, sieht man hier, kommt aus Irland, basiert wie gesagt auf Slackware und gibt es mit verschiedenen Desktop-Umgebungen. Gedacht ist Portoys eher als Live-System. Es gibt es aber in zwei Varianten, nämlich einmal einer Desktop-Version, einer Desktop-Edition zum Installieren und einer Kiosk-Edition, wie man es hier schon auf dem Bild sehen kann. Eine Kiosk-Edition bedeutet, ich kann das Ganze auf so einem Terminal-Rechner installieren, also was zum Beispiel im Bahnhof steht und jeder kann oder halt auch in einer Bücherei und jeder kann dann einfach den Browser benutzen. Es öffnet sich nur ein Browser, ein Browser-Fenster, ein Firefox oder ein Chrome und dann kann derjenige dann surfen und so weiter und nach einer gewissen Zeit oder bei einem Neustart wird der gesamte Browser-Verlauf wieder gelöscht und alles wird immer wieder zurückgesetzt. Das ist quasi so ein Kiosk-System. Und das schauen wir uns heute mal an. Und zwar ist jetzt vor kurzem rausgekommen die Version 5 von Portoys. Wenn ich jetzt hier mal ranzoome, sehen wir, dass es immer noch die Version 4 hier ist. Das ist aber auch nicht so schlimm. Wir gehen hier einfach mal drauf. Dann öffnet sich nämlich das Forum, wo die Version 4 angekündigt ist. Dann klicke ich hier einfach auf Announcement und dann bin ich hier bei dem neuesten Topic. Portoys 5 ist released und dann ist hier auch der Link zum Download. So, da wähle ich mir hier einfach einen deutschen Spiegelserver aus. Da habe ich hier den unteren genommen, x86, dann Version 5 und dann habe ich mich jetzt hier für die Cinnamon Edition entschieden. Es gibt noch GNOME, KDE, LXDE, LXCUTE, MATE, Openbox und XFCE. Alles sehr, sehr schöne Desktop-Umgebungen. Und ich habe mal wieder Bock auf ein Cinnamon Desktop. So, das Ganze ist auch gar nicht so groß. Also knapp 360 MB ist die ISO groß. Das heißt, da wird nicht allzu viel vorinstalliert sein. Das ist auch gar nicht so schlimm. Wir gehen direkt rein in die virtuelle Maschinenverwaltung und erstellen uns erstmal eine virtuelle Maschine und laden Portoys einfach direkt rein. So, eine automatische Betriebssystemerkennung liegt hier nicht vor, aber wir wissen ja, dass es auf Slackware basiert. Also nehme ich hier auf Slackware. Ich nehme jetzt einfach 14.2. Das spielt aber keine Rolle. Und dann wähle ich hier entsprechend Speicher und so weiter auf. Ich nehme zwei CPU-Kerne und mache mal 2 GB RAM. Das denke ich, sollte auf jeden Fall ausreichen. Weiter 20 GB Festplatte. Auch das ist völlig in Ordnung. Und dann gehe ich auf Weiter, mache hier noch meine Netzwerkbrücke aktiv und sage Konfiguration noch vor der Installation bearbeiten. Das ist wichtig. Und hier sage ich schon mal Portoys Desktop. So, weiter. So, dann können wir jetzt hier einstellen, ob es ein BIOS oder UEFI sein soll. Ich lasse es auf BIOS, weil unter UEFI habe ich es nicht zum Laufen gekriegt. Da erkennt er die ISO nicht. Also ist das scheinbar ein reines Legacy-BIOS-System. So, dann bei der Festplatte, die steht hier stand bei, zumindest in dieser Version vom Word-Manager, steht die auf Word.io. Das muss aber unbedingt auf SATA umgestellt werden, da Slackware die Word.io-Treiber nicht so ohne weiteres erkennt. Allerdings die Videotreiber, die werde ich auf Word.io machen. So, dann einmal die Installation beginnen. Dann komme ich hier in dieses wunderschöne Grub-Boot-Menü und kann mir jetzt hier aussuchen, was ich dann hier gestartet haben möchte. Der normale Weg ist hier der Grafikmodus. Und ich kann es jetzt nicht zeigen, aber rechts über dem großen Portoys-Logo stehen die Login-Daten. Einmal für den Gast und einmal für den Root-User. Ja, also bei Root ist dann der Login Root und das Passwort ist Root rückwärts quasi, also Tor. So, wir starten mal den Grafik-Mode und schauen mal, was hier passiert. Und Slackware ist ja im Allgemeinen eine sehr, sehr, sehr schnelle Umgebung, eine sehr, sehr schnelle Distribution. Deswegen dürfte das jetzt nicht allzu lange dauern, bis das System hier in den Desktop reinlädt. Und da ist es auch schon. So, Videotreiber, da ist keine Hardware-Befleunigung. Das ist in Ordnung. Und hier sagt er mir, dass er nichts schreiben kann, weil es ja eine Live-ISO ist. So, als allererstes werde ich hier mal die Tastatur ändern. Keyboard Settings, vielleicht brauchen wir das ja gar nicht. Ansonsten einfach hier auf Layout. Komischerweise ist die Schweizer Tastatur hier schon voreingestellt. Gibt vielleicht einen Hinweis auf den Entwickler, dass er vielleicht tatsächlich ein Schweizer ist oder zumindest in der Schweiz lebt oder ein Schweizer Keyboard hat, Schweizer Tastatur. So, dann einmal hier nach oben die Pfeile und dann fertig. Und dann kann ich hier Deutsch auswählen und dann habe ich hier Deutsch. So, dann, was man ebenfalls machen kann, ist hier auf diesen kleinen Knöppel und dann gibt es hier System Settings. Und dann kann ich hier unter System Settings die Display-Auflösung auch nochmal auf Full HD ändern. So, auch wenn wir das jetzt hier nicht lange brauchen, so würde das Ganze jetzt im Vollbild aussehen. Und ich muss ehrlich sagen, es sieht jetzt schon unglaublich sauber und schön aus. Also, der Cinnamon Desktop, ich kenne ihn sonst nur unter Mint Linux, also Linux Mint, aber so sieht er wirklich sehr, sehr schön aus, sehr, sehr schön gestaltet. So, um Portoise zu installieren, gibt es ein Installations-Skript, das wir hier irgendwie im Menü mal raussuchen müssen. Und da haben wir es unter Administration Portoise Installer. Den öffnen wir und geben jetzt das Passwort, das Root-Passwort ein, was ja Tor ist. Einmal Authenticate. Und dann komme ich jetzt hier in diesen, ja, in diesen Installer. Und hier muss ich jetzt die entsprechende Festplatte auswählen oder beziehungsweise die Partition auswählen, wo denn das Ganze hin installiert werden soll. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, das ist auch gar nicht so schlimm. Einmal in den Partitions-Manager. Und hier haben wir unsere Festplatte. Das ist also ganz normal G-Parted. Und dann erstellen wir eine ganz normale MBR-Tabelle und dazu eine neue Partition. Auch hier nehme ich nur eine einzige Partition. Die mache ich auf EXT4 und formatiere, ja, auf EXT4. Sage einmal Schreiben. Fertig. Und dann setze ich hier noch den Boot-Flag. Das ist notwendig, damit der das Ganze auch als Boot-Partition mit erkennt. Ja, damit der den Boot-Loader hier installiert. Ansonsten würde das bei der Installation jetzt gleich fehlschlagen. So, dann einmal geschlossen. Dann Refresh-List. Ach nein, das stimmt nicht. Wir müssen die Partition noch mounten. Mount now. Jawohl, sehr gut. Da ist sie. Sie ist eingehängt. SDA 1. Und darauf kommt es nämlich an. In diesem Skript SDA. Das VDA, wenn ich das auf Word.io gelassen hätte, hätte er das nicht erkannt. So, weiter. Ich verstehe, dass da jetzt Änderungen durchgeführt werden. Und ich möchte einen Boot-Loader installieren. Denn man kann tatsächlich Portos auch installieren ohne Boot-Loader. Dann kann man zum Beispiel den Boot-Loader auf dem USB-Stick entsprechend installieren, wenn es denn notwendig ist. So, dann einmal weiter. Und wir warten auch gar nicht so lange. Denn es öffnet sich jetzt einfach nur ein Terminal, der nochmal bestätigt haben möchte, ob das denn so okay ist, was ich da machen möchte. Und dann sage ich einfach Ja. Und wenn ich jetzt Enter drücke, ist er auch schon fertig mit der Installation. Und ich bin noch nicht mal fertig mit Sprechen gewesen. So, dann machen wir jetzt hier einfach einmal Shutdown. Ich mache lieber erstmal einen Shutdown. Dann will er nämlich hier das CD-Laufwerk noch ausgeworfen haben. So, und jetzt ist er auch schon im Grub-Boot-Loader hier drin. Und zwar ist das jetzt auch der Boot-Loader für die installierte Version. Und wie du vielleicht jetzt gerade mitgekriegt hast, haben wir noch gar keinen User und nichts erstellt. Das ist hier tatsächlich so, dass im Prinzip die ISO einfach eins zu eins auf die Festplatte kopiert wird. Und ich das System, dieses Live-System, diese Live-Umgebung jetzt nach meinen Bedürfnissen und Wünschen anpassen kann. So, hier sind wir jetzt auch schon auf der Umgebung drauf. Jetzt kommt hier auch nicht mehr die zweite Meldung, wo dann vorhin noch stand, dass das nicht schreibbar ist. Und somit weiß ich, dass ich jetzt auf der Festplatte bin. Ab jetzt kann ich schreiben. Und ich fange erst mal an mit der Bildschirmauflösung. Machen wir hier Full HD, Apply und Keep. So, als nächstes legen wir einen neuen Nutzer an. Dazu gehen wir doch wieder in die Settings zurück. Und dann gehen wir auf User und Groups. Dann möchte er das Root-Passwort noch mal haben. Und dann kann ich jetzt hier einen neuen Benutzer anlegen. Das soll ein Administrator-Admin-Benutzer sein. Der volle Name ist Typ. Und der Benutzer... Ah ja, ich habe ja noch die englische Tastatur drin. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Das korrigieren wir dann. Dann das... Das ist auch Typ. Jetzt muss ich mich ein bisschen umgewöhnen. So, dann haben wir hier den Benutzer. Einmal auf OK. Sehr gut. Passwort ist noch nicht gesetzt. Das kann ich jetzt hier setzen. Einfach das Passwort eingeben. Und ist zu kurz, sagt er mir. Okay, interessant. Da hat also eine Passwort-Kontrolle drin. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. So, mal gucken. Ist immer noch zu kurz. So, dann habe ich jetzt hier mal ganz fix die Tastatur auf Deutsch eingestellt, weil wir müssen hier scheinbar wirklich ein sehr sicheres Passwort einsetzen. Das muss ich noch mal wiederholen. So, dann haben wir jetzt ein starkes Passwort. Einmal auf Change. Und Group ist real. Das ist auch sehr gut. Und ja, damit sind wir jetzt hier im Prinzip fertig und können einmal raus, dann einmal abmelden. So, das ist nicht der richtige Knopf dafür. Dann wird das hier wahrscheinlich der Abmelden-Button sein. Jawohl. Und jetzt kann ich mich mit dem Benutzer-Typ einloggen. Übrigens ein sehr, sehr schöner Login-Bildschirm. Wirklich sehr gut gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Openbox ist hier auch schon mit vorinstalliert. Das heißt, ich kann hier also Openbox entsprechend aufstarten. Ich nehme aber ganz normal Cinnamon. Und dann loggen wir uns ein. So, so sieht das Ganze aus. Das ist quasi das nackige, das ist quasi die nackige Oberfläche. Natürlich sehr, sehr schade. So, wir gehen mal in die Einstellung und gucken mal, ob wir hier irgendetwas ändern können. Hier haben wir zum Beispiel ein schönes... Ah, jetzt kommt hier ein bisschen Licht ins Dunkel. So, was haben wir sonst noch? Wir haben hier noch Themes. Das sieht erstmal alles soweit ganz gut aus. Und wir haben hier einen Dark Mode, so wie es aussieht. Ja, das ist ja dieser graue Mode. Ansonsten kann das ja erstmal alles soweit bleiben. Das sieht auch ganz gut aus. Wir haben vielleicht ein paar Effekte. Okay, das kann auch so bleiben. Und ansonsten müssten wir ja auf jeden Fall noch irgendwie... Ja, Symbole oder irgendwas haben, nicht? Irgendwo müssten ja noch Symbole sein. Ah ja, Icon Set und dann nehmen wir Paper. Und jetzt sind diese Icons alle da. Okay, perfekt. Super, dann hat das geklappt. Und jetzt sind hier auch die ganzen Icons da. Das musste dann einfach nochmal eingesetzt werden. Sieht also sehr, sehr, sehr schick aus. Wir können mal gucken, ob wir hier das ganze... das Menü-Symbol ebenfalls ändern können. Wir haben hier das Slackware-Logo. Können wir mal raus. Actions. Was haben wir sonst noch? Schönes hier. Okay, das sind Anwendungen. Da kann man jetzt hier quasi durchscrollen. Ich schaue mal nach Cinnamon. Kann hier ein Cinnamon-Logo hinmachen. Das ist das... Dann gibt es das Portoys-Logo. So, und das gefällt mir dann doch schon eher. Ich nehme das Portoys-Logo weiß. Das passt hier unten wirklich sehr, sehr schön hin. Sehr gut. Und das Menü kann ich weglassen. Und dann habe ich hier quasi... Menü-Animation kann ich noch verwenden, wenn ich das möchte. So, und dann haben wir jetzt hier schon mal so ein bisschen schön konfiguriert. Hier unten mit diesem Menü. Jetzt weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das mit der Farbe hier hinkriege. Da ist ja unten hier wie so ein rotes Kästchen. Das gefällt mir jetzt. Die Akzentfarbe, die gefällt mir jetzt erstmal noch nicht so sehr. Aber gut. Da müsste man sich dann einfach mal ein bisschen durchfuchsen. So. Okay, jetzt ist es weg. Aha, dann war das vielleicht nur, weil so lange wie das Menü noch... Das Einstellungsmenü noch auf war. Aber so sieht das doch jetzt schon mal ganz, ganz nett aus. So, jetzt haben wir so langsam schon unsere Sachen, die man hier so braucht. Hier haben wir auch den Installer nochmal. Das heißt, man kann dann zusätzlich, wenn ich jetzt hier... Wenn ich das Ganze jetzt hier mache, kann ich einen USB-Stick oder eine andere Festplatte anschließen. Und direkt da dann entsprechend Portoys drauf installieren. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach gehalten und sehr, sehr einfach und sehr, sehr schick gemacht. So, dann schauen wir mal ganz fix noch, was wir denn hier so alles drin haben. Unter Accessories haben wir die ganz normalen, ja, Sachen, die man eben so braucht, wenn man... Oder die man eben so hat, wenn man Cinnamon installiert. Wie zum Beispiel Nemo als Standard Dateiverwaltung. Den Dokumentenviewer, den GNU-Taschenrechner, also den Galculator, den Gnome-Taschenrechner, den Galculator haben wir. Ein Texteditor ist G-Edit, nehme ich mal an. Oh nein, Z ist hier. Das ist ein sehr schöner Texteditor. Kann man sogar als IDE verwenden. Es ist sehr, sehr einfach gehalten. Sehr gut. So, unter Internet, da gibt es ein Browser-Selection- und Update-Tool. Das finde ich sehr, sehr interessant. Denn hier habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach einen Wunschbrowser zu installieren, anstelle, dass mir einfach ein Browser vorgegeben wird. Das ist sehr schön. Dann installieren wir einfach mal Firefox. So, hier fragt ihr mich, ob ich den Porteis-Server mit installieren möchte. Sagen wir einfach ja. Und dann wird das Ganze heruntergeladen. Und hier steht jetzt, your file is at temp Firefox und so weiter. Und diese Datei muss in den Modules-Ordner verschoben werden. Oder hier steht mov it, also verschoben. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar gibt es hier im temp-Verzeichnis, unter tmp, hier, haben wir jetzt im Prinzip das Modul. So, da werden wir uns, wir öffnen mal das Terminal sRoot. Oder wir öffnen mal einfach sRoot hier. Das macht nämlich die ganze Sache ein kleines bisschen einfacher. Und dann sagen wir mal einfach STRG X. Ich habe jetzt, ich will das ja jetzt verschieben. Ich habe jetzt STRG X. Dann gehen wir einmal nach oben. Dann gibt es hier unter MNT, SDA, Porteis und Modules gibt es die Module. Und da können wir das Firefox-Modul einfach reinmachen. So, und das Ganze finden wir dann hier auch. Da gibt es dann einmal Porteis Modules. Können wir mal schauen. So, dann haben wir hier nämlich das Firefox-Modul, was ich jetzt hier reingeladen habe. Und einmal ein Doppelklick und dann ist das erfolgreich aktiviert. Dann ist das Modul jetzt aktiv. Und rein theoretisch sollte es jetzt hier den Firefox geben. So, ich weiß, das ist alles ein bisschen anders, als wie man das gewohnt ist. Aber ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Software zu verwalten. Denn auf diese Art und Weise kann ich nämlich Module dann auch einfach abschalten. Indem ich zum Beispiel einfach einen Doppelklick drauf mache und dann ist die Software wieder weg. Dann brauche ich sie nicht deinstallieren, sondern die Software wird hier als Modul quasi angegeben. Und auf diese Art und Weise kann ich zum Beispiel auch mehrere Desktop-Umgebungen einfach installieren und dann einfach nur die aktivieren, die ich auch dann haben möchte. Ja, so, wollen wir Firefox wieder einschalten. Sehr gut. Okay, super. So, dann können wir hier einmal auf OK machen und wir können ja zum Beispiel den Palmoon jetzt auch nochmal installieren. Jawohl. Ist also ganz einfach. So, und dann muss ich auch hier wieder die XZM-Datei vom Temp-Ordner in den Module-Ordner verschieben oder kopieren. Oder verschieben, ich nehme einfach verschieben. So, auch hier wieder ein Dateisystem-Temp, dann als Root. So, dann haben wir das. Dann einmal X zum Ausschneiden. Dann gehe ich hier auf SDA, Portoise, Modules und Einfügen. Und dann ist das Ganze auch eingefügt und dann kann ich hier auf OK schließen. Hier einmal quasi neu laden. Da sind sie auch schon drin. Und aktiviert. Perfekt. Super. Und dann haben wir unter Internet auch den Palmoon Webbrowser. So viel zum Thema Module, Software-Module. Ist also schon mal so eine kleine Eigenart, was sehr, sehr interessant ist. Wichtig ist nach dieser Installation oder nach dieser Art von Installation muss unbedingt diese Modul-Datei in den Modul-Ordners verschoben werden. Denn sonst überlebt diese eine Neustart nicht, da sie ja im temporären Ordner liegt, im Temp-Ordner. Und nach einem Neustart wird das Ganze ja entsprechend gelöscht. So, bei Sound und Video, da haben wir Audacious, unser Audio-Player. Eine wunderschöne Alternative zu iTunes, das sage ich immer. So, Celluloid als Video-Player und auch den MPV-Media-Player, der sich hervorragend in der Konsole bedienen lässt. Den nutze ich privat sehr, sehr gerne. So, unter Administration finden wir hier ein paar Portoise-Bundles. Die schauen wir uns jetzt mal an. So, und da haben wir All-Desktops. Können wir hier herunterladen. Man-Lite, das sind wahrscheinlich dann die Manual-Pages. NetServe, Peak-Git haben wir hier oben. Cinnamon, Mate, XFCE und so weiter. Openbox, Alex-Cute. Also hier sind noch diverse Desktop-Umgebungen gleich mit dabei. Und auch Reminar kann ich hier als Bundle noch mit herunterladen. Das ist quasi eine Art Fernwartungssoftware. Wenn ich das dann möchte, kann ich dann hier ganz einfach die Module herunterladen und dann werden die Sachen installiert. Und das Ganze muss ich dann im Modulordner entsprechend alles reinkopieren und dort auch aktivieren. So, wir haben ganz normal die Confeditor G-Parted. Dann gibt es hier ein weiteres Portoise-Gedöns. Portoise-Sheet-Codes nennt sich das. Gucken wir mal, was das ist. Das sieht aus wie eine Textdatei. Und hier wird im Prinzip alles erklärt, wie Portoise hier funktioniert, wie Sachen aktiviert, deaktiviert und konfiguriert werden können. Also quasi ein, ja, sehr rudimentäres, aber sehr effektives Handbuch zur Konfiguration von Portoise und Portoise-Anwendungen. Finde ich sehr, sehr gut, dass Sie hier einen solchen Sheet-Sheet hier mit dabei haben. So, den Installer und die Moduls-Verwaltung hatten wir gerade. Es gibt noch einen Portoise-Self-File-Manager, das ist quasi ein Download-Manager. Portoise-Setting-Center, so, das ist quasi die Einstellungsverwaltung, alles nur ein kleines bisschen rudimentärer gehalten, ein bisschen einfacher gehalten. Und hier haben wir zum Beispiel einen Updater. Werden wir mal durchführen, dann klicke ich einfach drauf und schon wird Portoise geupdatet. Okay, so, dann haben wir hier nochmal den Portoise-Installer, den wir von hier aus starten können. Ein FHQ, da geht es dann um die, wird es auf die Webseite verwiesen. Und hier gibt es noch die Portoise-Tutorials, auch hier wird es auf die Webseite verwiesen. Und dort finden sich dann zum Beispiel Installationsanleitungen und so weiter. Und hier werden dann auch Module erklärt und so. Also, es ist sehr, sehr informativ, kann ich wirklich empfehlen, das einfach mal durchzuführen. So, Language Setup, das ist schon mal sehr gut. Language Selection Tool. Okay. So, gucken wir mal. Select a GUI Language. Dann nehmen wir doch mal DE. So, wählen Sie eine Systemsprache. Auch hier nehme ich DE DE. Du nimmst natürlich die Sprache, die für dich wichtig ist. Desktop, wir haben Cinnamon. Zusätzliche, ja, möchte ich haben. Tastatureinstellungen, jawohl. Download, nicht lateinischer Schriftarten. Nee, brauchen wir nicht, weil wir haben nur lateinische Schriftarten. Also, hier geht es zum Beispiel um Griechisch, Chinesisch, Japanisch, Hebräisch und so weiter. SCIM bietet eine benutzerfreundliche Eingabe für ProSEX. Gut, brauchen wir auch nicht, lassen wir weg, machen wir einfach mal OK. So, Variante. Da nehmen wir die ganz normale Defaults. Sehr gut. Dann einmal German Use Default. Okay. Scheinbar muss ich hier irgendwas auswählen. Nehmen wir nur Dead Keys. Okay. So, dann haben wir das. Sprachdateien für Programmiertools. Okay. Haben wir. So, die Dateien wurden alle jetzt nach ProToys Modules installiert. Ein Neustart ist erforderlich. Das machen wir jetzt aber nicht. Aber schön, dass wir das Ganze auf jeden Fall jetzt installiert haben. So, Zeitkonfiguration. Hier sehen wir ja, dass die Uhrzeit ein bisschen falsch ist. Wir können hier einfach auf UTC gehen und dann können wir hier eine Zeitzone auswählen. In dem Falle Europa. Europa. Und dann Berlin. Set Time Zone. Okay. Und dann ist das Ganze fertig und die Uhrzeit ist jetzt auch soweit richtig. Wir haben es jetzt hier kurz vor 11. So, hier kann man nochmal die Keyword-Einstellung machen. Die haben wir aber schon gemacht. Wir haben bereits Deutsch aktiviert. Und hier gibt es dann noch Sound Settings. Wenn ich sie denn haben möchte, kann ich dann hier eine Soundkarte auswählen. Einen Test machen. Und bei Bluetooth ähnlich. Bluetooth kann man hier anschalten, wenn man Bluetooth hat. Ich habe keinen Bluetooth hier in der virtuellen Maschine drin. Deswegen brauche ich das jetzt nicht. So, was haben wir hier? Eine Firewall ist mit dabei. Und dann können wir hier die Firewall einfach standardgemäß aktivieren. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut. Gehen wir auf Normal-Modus und Exit. Das ist, glaube ich, das Beste, was passieren kann. Das Beste, was man machen kann. Dann kann man hier das aktuelle Passwort ändern. Und wir können Dateien oder beziehungsweise Ordner verschlüsseln. Ja, oder halt Dateien. Auch das finde ich sehr, sehr schön, dass das hier extra in dem Settings Center angeboten wird. Und hier kann man es dann entsprechend wieder entsperren quasi. Wir haben hier Boot-Settings. Da gibt es dann hier zum Beispiel dann die Sheetcodes, wo dann die Boot-Settings auch quasi eingetragen sind. Das kann man dann hier alles nachlesen. Oder entsprechend Startup-Skripts kann man dann hier auch reinschreiben. Also man kann wirklich alles administrieren, was man so braucht. So, und hier kommen wir dann zu den, ja, eigentlichen Porttoys-eigenen Sachen nochmal. Den Porttoys-Magic-Folder. Da kann man dann verschiedene, ja, System-Ordner dann noch festlegen, die dann von Porttoys mit verwaltet werden. Auch hier empfehle ich das Ganze einfach mal in den FAQs und in den Dokumentationen genauer nachzulesen, wie das Ganze nachher funktioniert und worauf da zu achten ist. Und hier kann ich Porttoys auch nochmal konfigurieren. Da gibt es eine Config-Datei, die man dann hier entsprechend bearbeiten kann. Gut, so, das soll es aber erstmal hiervon gewesen sein. So, machen wir mal zu. Wir gucken mal, was jetzt hier noch drauf ist. Ein ganz normales Terminal ist drauf. System, Monitor. Und ein V-Box-Builder ist hier mit dabei. Das heißt, ich kann eine Virtual-Box bauen. Sehr gut. Und kann sogar eine Guest-Editions bauen, wenn ich das denn möchte. Also es ist auch sehr, sehr interessant, dass das hier mit angeboten wird. So, unter Preferences, das sind quasi die Einstellungen. Da haben wir Hintergrundbilder, da haben wir ja nur das eine. Farbe, Uhrzeit kann man Display, Effekte, Erweiterungen. Also Extensions sind dann wahrscheinlich die Gnome-Extensions, die man dann hier hinzufügen und herunterladen kann. Ja, hier haben wir noch ein paar Panels und so weiter. Kennt man wahrscheinlich von Linux Mint auch. Da kann man dann auch Desktop-Erweiterungen und sowas hinzufügen, wenn man es denn möchte. Wie zum Beispiel die Uhr oder Notizzettel oder, oder, oder. Gut. Und das war es dann erstmal soweit. Ein paar Themes noch. Window-Tiling bietet er hier noch an. Snap-On-Screen und so weiter. Das sind halt die Standard-Cinnamon-Einstellungen. Also alles nichts Weltbewegendes und Besonderes. Und hier noch die Places mit den wichtigsten Orten. Ich werde jetzt mal Porteus neu starten. So, dann sind wir jetzt hier drin und dann schauen wir mal, ob das Ganze jetzt hier auch auf Deutsch übersetzt wurde. Jawohl, jetzt haben wir alles auf Deutsch übersetzt. Das heißt, das hat auf jeden Fall geklappt mit den Spracheinstellungen. Und meine Tastatur ist auch auf Deutsch eingestellt, automatisch. Das hat alles soweit geklappt. Gut, das soll es zu Porteus erstmal gewesen sein. Es gibt sicherlich noch eine ganze Menge mehr zu entdecken. Gerade auch herauszufinden, wie Software installiert wird. Wie man noch Sachen zusätzlich herunterladen kann. Vielleicht sogar Flatpacks und so weiter aktivieren kann. Das alles überlasse ich aber dir mal herauszufinden. Ich möchte mich jetzt mal noch ganz fix und schnell der Kiosk-Edition von Porteus widmen. Dazu einfach hier mal auf die Kiosk-Edition. Und da bin ich mal gespannt, ob man das hier auch herunterladen kann. So, gucken wir mal. So, dann haben wir jetzt die ISO von Porteus Kiosk mal heruntergeladen. Und werden mal schauen, wie sich diese so macht. Was man da so alles entdeckt. So, Slackware haben wir hier. Weiter. So, speichern wir 1 GB. Ich nehme jetzt auch mal hier wieder 4.000. Das sollte reichen. Zwei Kerne. So, 20 GB Festplatte. Und das ist dann Porteus Kiosk. So, Konfiguration vorher bearbeiten. Weil wir müssen dann noch eine Kleinigkeit ändern. Und zwar hier bei der Festplatte. Die muss auf SATA umgestellt werden. Und den Videotreiber. Ja. Und den Videotreiber auf Wirt.io umschalten. So, haben wir. Und dann können wir mal die Installation starten. und schauen mal nach, was denn jetzt hier so passiert. So, wir haben jetzt hier quasi so eine Art, ja, Boot Screen. So, und hier haben wir nämlich unsere Einstellungen. So, da gehen wir jetzt erst mal auf Keyboard. Die stellen wir mal auf Deutsch. Okay. So, wir können halt auch WLAN-Connection oder eben Mobilfunk nehmen. Und wir haben aber Ethernet-Connection. Und wir nehmen DHCP. Einfach weiter. So, welcher Browser soll als Standardbrowser genutzt werden? Ich nehme den Firefox. Und ja, dann haben wir hier eine Zusammenfassung. Dann machen wir noch Set Time. Wir haben es jetzt 11.14 Uhr. So, Apply und weiter. So, jetzt hat er ein Internet gefunden. Er hat jetzt die Internetverbindung zu porttoyskios.org oder com, was das jetzt war, hergestellt. Und jetzt muss noch der Firefox heruntergeladen werden. So, jetzt ist der Firefox installiert. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder uns an ein dezentrales Management-System einfach anzuschließen, um dann Porttoyskiosk entsprechend von einem Server aus zu steuern und zu konfigurieren. Wir können die Konfiguration von einem USB-Stick oder von einem Netzwerkordner laden oder ganz einfach den Wizard, den Kiosk-Wizard starten, um eine neue Konfiguration zu starten. Das machen wir mal. So, hier wird jetzt gefragt, ob ich ein Remote-Management haben möchte oder einen Server, einen entsprechenden Porttoys-Server einrichten möchte. Und ich sage bei beiden aber disabled, weil ich brauche kein zentrales Management. Das ist ja jetzt nur, um das Kiosk mal hier lokal zu testen. Ja, aber man kann das Ganze natürlich hochskalieren. Wie gesagt, das ist auch für Büchereien und so weiter. So, Netzwerkeinstellung, die Firewall ist standardgemäß aktiviert. Das ist sehr schön. So, hier haben wir die Möglichkeit, eine Homepage, eine Standard-Homepage einzutragen. So, dann können wir hier eine Homepage, eine Standard-Homepage eintragen. Ich nehme jetzt hier einfach den YouTube-Kanal einmal auf OK. Und das reicht aber auch erstmal für den Anfang. Wir machen mal weiter und weiter. Und hier geht es jetzt um die sogenannten automatischen Updates. Ich habe hier die Möglichkeit, entsprechend mich einem kostenpflichtigen Service zu buchen, damit automatische Updates für dieses Kiosk halt immer laufen. Das kann durchaus sinnvoll sein, wenn dieser Rechner jetzt nicht an einer zentralen oder die zentralen Administrationsstelle angebunden ist. Ja, dann kann ich das einfach aktivieren. Und dann sorgt Portoys im Prinzip als Unternehmen dafür, dass hier immer wieder automatisch Updates aufgespielt werden. Und dann brauche ich mich tatsächlich um nichts mehr kümmern. Dann kann dieser Kioskrechner dann einfach dastehen. Und ich brauche da auch nichts mehr machen und nichts mehr aktualisieren. Ich lasse das aber jetzt hier deaktiviert, weil ich möchte natürlich jetzt nichts dafür bezahlen. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Installation. Wir haben hier die Festplatte, machen Quick-Format und installieren den ganzen Spaß mal. Ja, und dann startet das ganze System jetzt auch automatisch neu. Ja, und dann sind wir auch schon da. Damit ist das Ganze fertig. So, jetzt habe ich jetzt hier noch die Cookies abgesucht. Jetzt sind wir hier auf der Standard-Startseite. Die hat er jetzt automatisch geladen. Das ist jetzt hier mein YouTube-Kanal. Und wie du siehst, man kann hier auch keine Einstellungen und nichts machen. Die Standard-Einstellungen sind halt, wie sie sind. Und ich kann jetzt hier einen neuen Tab öffnen. Ich kann jetzt hier auch nichts schließen. Wenn ich jetzt hier diesen Tab schließe, merkt er dann, dass diese Instanz von Firefox quasi der Prozess geschlossen ist. Und dann wird ja ein neuer Prozess einfach gestartet. Und dadurch, dass das ja alles in Private-Mode quasi läuft, hat er sich jetzt auch nicht gemerkt, dass ich hier die Cookies nicht speichern möchte. Das ist ProToy Skills. Sehr, sehr interessant. Für Bibliotheken super gut geeignet. Oder auch für Schulen, wie auch immer. Oder einfach mal, wenn man ein kleines Unternehmen hat und ein Informations-Display hat und man seine Webseite, eine Web-Präsentation hat und die Besucher sollen auf dieser Webseite einfach schon mal vor Ort ein bisschen rumsurfen dürfen, gleich direkt am Rechner, am Eingang, ohne jetzt den Rechner irgendwie fremd zu nutzen, kann man das Ganze dann hier so entsprechend durchführen. So, Rechtsklick ist, soweit ich das hier sehe, ausgeschalten. Ich kann auch hier kein F11 machen, also um hier ein Vollbild zu gehen. F12 würde die Developer-Konsole öffnen, das funktioniert auch nicht. Ich kann mit Steuerung Klick, kann ich auch nichts auslösen, was ja normalerweise bedeutet, dass er das Ganze dann in einem neuen Tab öffnet. Also ich kann hier wirklich nur innerhalb dieser Instanz das Ganze hier dann laden und dann erst, wenn ich Vollbild mache, dann macht er auch wirklich komplett Vollbild. Hier kann ich dann noch rein- und rauszoomen. So, das ist Portoys Kiosk und auch Portoys Desktop. Ein wirklich sehr, sehr, sehr cooles Betriebssystem, eine sehr, sehr, sehr innovativ, eine sehr, sehr coole Idee, finde ich, ohne Mist. Und ist sicherlich auch sehr, sehr schön zu nutzen, vor allem auch auf älteren Geräten. Auch das Kiosk-System ist ja sehr performant und auch das Desktop-System hat sich ja innerhalb von wenigen Sekunden installiert. Das war ja nun wirklich nicht der Rede wert. Deswegen ist das wirklich auch für alte Geräte sehr, sehr gut nützbar. Schreib mir du doch einfach mal deine Meinung dazu in den Kommentaren. Kennst du vielleicht noch ein anderes Kiosk-System, außer jetzt Portoys oder vielleicht auch ein properitäres Kiosk-System? Und was sind da so die Unterschiede? Und vor allem, würdest du Portoys Kiosk denn auch irgendwie nutzen? Hast du dann schon mal eine Idee, wie und wo du ein Kiosk-System nutzen kannst? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin nur so ein Typ im Internet. Ich bin nur so ein Typ im Internet.